Das Gesetz gebrochen? Wir? Würden wir nie tun. Wir sind die Guten hier. Schließlich geht es dieses Mal um nichts Geringeres als die Rettung der Welt. Warum wir dafür einen Krankenwagen gestohlen haben? Nun, es ist kompliziert. Mit dem neuesten Update hat Rockstar nach rund zweieinhalb Jahren neue Heists für GTA Online veröffentlicht. Und die sind um einiges verrückter und durchgedrehter als ihre Vorgänger. Verantwortlich dafür ist dieser Mann. Evan Hertz ist intelligent, zielstrebig, charismatisch und... Okay, er ist völlig verrückt. Der paranoide Technologie-Mogul glaubt an einen herannahenden Krieg, der das Ende der Welt bedeuten könnte. Supercomputer Clifford unterstützt ihn dabei und spuckt chaotische Lösungsvorschläge aus, die teilweise an der Grenze zum Wahnsinn kratzen. Evan ist jedoch nicht unser Feind, sondern Auftraggeber. Es liegt also an uns, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Unser persönliches Highlight aus dem ersten der drei Heistakte wollen wir euch in diesem Video vorstellen. Das hat mit einem kleinen Sportwagen zu tun. Bevor wir euch den allerdings zeigen können, müssen wir ihn erst einmal freundlich ausborgen. Und mit freundlich ausborgen meine ich in diesem Fall draufballern ohne Rücksicht auf Verluste. Schließlich sind die Wachen in GTA nicht gerade für ihre Kompromissbereitschaft bekannt. Am Ende konnten wir sie aber trotzdem überzeugen. In ihrer Garage finden wir, was wir gesucht haben. Vier Deluxos, die frappierende Ähnlichkeit mit einem DeLorean aufweisen. Mit unserem neuen Gefährt geht es kurz noch zum Umlackieren und dann auf den Weg zurück in unsere Basis. Was an diesem Wagen nun so besonders ist, erfahren wir in der anschließenden Setup-Mission. Durch Los Santos fahren nämlich vier Trucks mit wichtigen Daten, die wir in unserem Deluxo hacken müssen. Deren Fahrer zeigen sich erneut wenig verständnisvoll und eröffnen das Feuer. Doch auch unsere Wagen sind alles andere als wehrlos. Nach Abschluss des Heckvorgangs zücken wir kurzerhand eine Zielsuchrakete und sprengen den Truck in die Luft. Ein guter Anfang, aber da geht noch mehr. Und so befinden sich die nächsten vier Ziele nicht mehr auf der Straße, sondern auf dem Wasser. Und während wir noch rätseln, wie wir es dorthin schaffen sollen, überrascht uns der Wagen mit einem eingebauten Schwebemodus. Dank dem gleiten wir stilsicher übers Meer und hacken ein Motorboot nach dem anderen. Das war ja alles schon cool, doch unser eigentliches Highlight kommt erst noch. Und dafür flitzen wir zum Flughafen, wo unser letztes Ziel auf uns wartet. Leider hat der Pilot keine Zeit für uns und setzt zum Start an. Und wir mit ihm. Japp, unser Deluxo kann nicht nur schweben, er macht auch jedem Kampfjet Konkurrenz. So nehmen wir am Ende nicht nur den fliehenden Flieger, sondern auch eine Gruppe bewaffneter Helis auseinander. Hier wird auch deutlich, welche Richtung die neuen Heists einschlagen. In ihrer Extravaganz erinnern sie teilweise sogar an die völlig durchgedrehte Saints Row-Reihe. Trotzdem passt die überzogene Action wunderbar in das GTA-Universum, das sich ja noch nie zu ernst genommen hat. Wir sind jedenfalls von dem DeLorean-Verschnitt begeistert. Natürlich ist die Mission nur ein Teil des ersten Aktes, der rund drei Stunden dauert. Wer mit dem ganzen Action-Gedöns nichts anfangen kann, findet in anderen Missionen auch taktischere Abschnitte, in denen wir uns genau mit unseren Koop-Partnern absprechen müssen. Wenn wir beispielsweise in diesem Szenario die Wachen nicht gleichzeitig ausschalten, wird ein Alarm ausgelöst und die Mission ist gescheitert. Das erfordert ein leises und langsames Vorgehen, wenn man am Ende erfolgreich sein will. Zum Abschluss stellt sich dann eigentlich nur noch eine Frage. Wie sehr müssen wir beschleunigen, um mit den Deluxo durch die Zeit zu reisen?